Güte gegen den Nächsten Selbst wenn da, ihr Mönche, Räuber und Mörder mit einer doppelgezähnten Säge jemandem ein Glied nach dem anderen abtrennten und jener ergrimmte darob in seinem Gemüte, so würde er eben deshalb kein Betätiger meiner Lehre sein. Auch in diesem Falle, ihr Mönche, müsst ihr euch also üben. Nichts soll unser Gemüt voll Unmut werden, kein böses Wort wollen wir ausstoßen, freundlich und gütig wollen wir bleiben, liebevoll gesinnt, ohne Hass im Inneren und diese Menschen wollen wir mit liebeerfülltem Gemüte durchdringen und von ihm ausgehend wollen wir die ganze Welt mit liebeerfülltem Gemüte durchdringen mit großem, weitem, unermesslichem, von Feindseligkeit und Übelwollen freiem Gemüte. So also, ihr Mönche, müsst ihr euch üben. Gemüte. tut Su perish. Inschedet sind